Hey Kevin, was sind euch die teuersten Wodkas der Welt? Das ist eine sehr gute Frage. Es ist auf jeden Fall nicht der Kettle One, der vor mir steht. Ich habe eine kleine Liste für uns vorbereitet mit der Top 9. Und auf Platz 9 haben wir zunächst einmal den Absolut Kristall mit roundabout 800 Euro pro Flasche. Ist Elite bei Storich Naya in der New Zealand Edition. Da sind wir bei roundabout 2400 Euro. Platz Nummer 7 ist der Jordanoff in der Dekadent Edition. Da sind wir bei roundabout 3300 Euro pro Flasche. Auf Platz 6 haben wir den Oval Wodka mit einem Preis von 5500 Euro. Platz 5 ist der Belvedere Wodka, aber in der Belvedere Edition. Das heißt, ich kriege da noch so ein Glasbär dazu. Der liegt bei ungefähr 5700 Euro. Und auf Platz 4 haben wir den Imperia Collection Wodka in der Fabergier Edition. Da sind wir bei roundabout 7500 Euro pro Flasche. Platz 3 ist der Diva Wodka mit unglaublichen 800.000 Euro pro Flasche. Platz Nummer 2 ist der Russo Baltic Wodka mit über 1,1 Millionen Euro pro Flasche. Unser Platz 1 ist der Billionaire Wodka mit sage und schreibe 3 Millionen Euro pro Flasche. Das liegt unter anderem an der sehr besonderen Flasche, die mit Diamanten besetzt ist.